Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde DMZ. Jetzt, nachdem wir zweimal hintereinander harte Kämpfe ausgeführt haben, gehen wir jetzt rein und holen uns den Sieg. Das wissen wir jetzt schon. Aber wie wir dahin gekommen sind, da müsst ihr euch das ganze Video von vorne bis hinten angucken. Also wirklich, jetzt nicht nach hinten skippen, nicht nachgucken, nein, nein, das ganze Video durchschauen. Nicht nachgucken, ob wir überhaupt gewinnen. Nice, da sind wir ja vor zwei Runden richtig gebummst worden. Oh, ist egal. Sniper am Start, Feinaufkommen ist hoch. Okay, cool. Zack, Kiste. Happy Joy Joy Time. Hier ist so eine Shotgun drin. Flo, falls du mal irgendeine Waffe dann haben möchtest. Ich habe die Aug, ich möchte die mal mit... Moment. Ich möchte die Aug unbedingt mit... Hallo, Fein. Hallo, Fein 2. Oho, Fein, Fein. Alter. Was kommt der denn her? Was vermissen wir jetzt so? So, leichtes MG, liegt hier? Ja, ich überlege, ob ich die nehme oder die... Hier ist eine Icarus. Hier ist eine Halbautomatik. Ah, ich werde mal die Icarus nehmen. Heißt das, da ist... Ach nee, da ist ein Atomraketeneinschlag. Was bedeutet das jetzt? Nee, da ist kein Atomraketeneinschlag. Das ist... Da ist theoretisch jemand an der... Raketenstellung hier. An der Raketenstellung. Ja, dann lass mal den, äh, den Spaß verderben, oder? Okay. Können wir auch sagen. Ich bin, äh, voll dabei mit 30 Schuss. Warum habe ich die Icarus denn da auch nicht geachtet? Das Giftszeug. Ja, ja. Kann man hier einmal jetzt dran vorbeigehen? Ja, ne? Lol, Alter, du bist einfach durch mich durchgegangen. Tür auf! Oh, lol. Hat mich zu Tode erschreckt, oder nicht? Verstehe noch mehr! Pass auf, auf ihn du schießt! Ja, ich pass auf. So, krieg ich hier immer nur 30 Schuss. Ich versuche, auf Feinde zu schießen. Das ist mein Plan. Wo sind welche? Da. Weiß ich nicht. So, weil der gerade gesagt hat, pass auf, auf wen du schießt. Ja, weil du mir... Du meinst, weil du mir vor die Flinte gelaufen bist? Ja, 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 ja. Ja, moin, wie viele Granaten wolltest du denn hier noch einwerfen, Kollege Ramstein? Ja, wenn er Bock hat, hat er Bock. Aber wo kamen die her, ist die Frage. Gegenüber hier. Ich bin schon wieder completely blind. Einen habe ich getötet gerade. Nice. Okay, jetzt haben die hier alle die Icarus doch bei. Ich habe eine Drohne aktiviert. Oh. Hä? In der Festung? Ach so. Ja gut, in der Festung macht er voll Sinn. Da waren wir ja schon immer gegen. Bleiben wir ein bisschen näher. Beideinander wieder. Ja, ja, ja. Ich mache hier nur so den Sniperboy von der Halle hinten. Ah, okay. Und ich mache den auf die Fresse kriegen, Boy. Ohne Plan. Digga, ich brauche unbedingt... Nee, Alter, das geht nicht. Ich muss mir eine andere Weife mitnehmen, die nicht so oft macht. Hinter uns sind welche gelandet auch. Also irgendwo aus der Richtung werden wahrscheinlich welche kommen. Ja, einer ist da noch so. Minimum. Hinter euch, direkt hinter euch. Äh, ich habe gerade festgestellt, dass die sich auch gegenseitig wiederbeleben. Tatsächlich. Oh, ich bin gleich da. Bist du. Direkt am Gerät. An der Gerät. Okay. Ich glaube, das war's. Jetzt kann ich den hier auch mal mitspielen, weil das Ding hier auch mal nachlädt. Ist die unsere, ja, ne? Festungsschlüsselkarte. Das Ding ist unser, ja. Ja, Festungsschlüsselkarte habe ich auch. Ist bloß die Frage, was machen wir damit? Wo gehen wir hin? Ja, hinter uns ist eine Festung zum Beispiel. Ja. Oder halt die mit dem, die auf den Dächern da wieder. Hier ist noch eine Platte. Ja, danke. Ja, wir können ja erstmal die, also ich würde halt die einfache erstmal nehmen für Equipment. Ich bin da. Spike macht sie auf. Mike sagt auch einfach, ach da, hä, wo ist der denn? Ach, tschüss. Ja, mach so, der Text ist da, vorn ist. Nice. Ja, sehr gut. Alter, Falter. Das war ne kleine Festung. Ja. Warst du denn mit der... Wir hatten hier gerade gesmoked. Ich hab nicht gesmoked. Scheiße, an dem Rucksack kann ich den nicht mitnehmen. Ah, ist ja ätzend. Nee, man braucht den großen Rucksack. Ich gucke auch gerade. Nice. Ja, okay, nächste Festung dann, ne? Ja, würde ich auch sagen. Dotgun. Kampfflugzeug zerstört. Sehr nice. Kampfflugzeug zerstört ist gut. Oh, voll, Alter. Ich hab gerade an meiner Maus rumgestellt. Okay, da kommen noch ein paar mehr. Ah, ist jetzt... Alter. Ich bin tot. Position, okay. Okay. Gut. Jetzt zur anderen Festung, finally. So, wenn irgendjemand ne Augen mal mit nem Aufsatz sieht, gerne mal Bescheid sagen. Ja, sag ich's. Warte, hier vorn lag einer. Ja, aber die war ohne Aufsätze auch. Achso. Was ist das hier? Laptop. 1500 Euro Laptop. Easy peasy. Spielekonsole. Zeke auch eingesteckt. Ich mach jetzt nen Gaming-Server hier auf. Die ist... Die ist so lächerlich. Oh, da aufsätze die aus. Nice. In der Assis-Hand heute. Der Assis-Hand heute. Hier sind noch Panzerplatten. Wir können hier hoch eigentlich, ne? Das ist da. Also, aber die... Die Festung ist halt da oben wieder. Ja, ja. Wo wir beim letzten Mal so... So weird weggemacht worden sind. Ja, ja, ja. Hier ist ne Icarus mit drei Aufsätzen. Uuuuut. Ein Geschütz. Was soll ich jetzt mal genommen? Und ne Dreierplattenweste. Na, nimm die Dreierweste. Du bist der Beste. Hab ich schon. Ich war grad sagen, du bist ohne sich der beste Spieler. Aber da ist noch eine drin, ja. Oh, wieder Belebungspistole. Nimm ich mal mit. Ja. Aber da wüsst du noch ne... Die Dreierplattenweste ist noch drin, Flo. Nimm die mehr. Ja, ich hab Munitionskiste für euch. Ich hab hier noch, äh... Ne Menge Mumpeln... Äh, Quatsch. Ne Menge... Äh... Rüstung hingelegt. Kann nicht reden. Äh, du musst aber auch noch zwei Platten bei dir reintun, ne? Ja, aber ich hab auch noch sechs Stück. Wieso kannst du so viele Platten tragen? Den hab ich im Rucksack. Achso. Hab ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das geht. Achso, hier... Hier ist die Festung. Ich mach die mal auf. Mach die mal auf. Hab die mal aufgemacht. Hast du mal aufgemacht? Ja, hat er aufgemacht, hat er die mal. Ich mach die mal zu hinter... Ah! Steh auf! Ah! Hinter euch, hinter euch! Link... Da, aus der Tür. Rein, link. Der hat sich auch gerade gedacht. Hier ist ne AUG, aber die hat nix. Ach, schade. Oh, Selbstwiederbelehmungskit. Neuer Plattenweste. Mach das. Ja, nice. Denkt mal daran, eure Platten auch aufzufüllen. Ja, ja. Wollte ich ja zuerst nämlich machen. Aber jetzt haben wir hier wieder... Da ist noch ne schöne Waffe drin. Warten. Ja... Runter weiter, ne? Ja, hier ist ne automatische... Ist natürlich auch auf Entfernung geil. Ich weiß nicht, ob weiter unten noch was ist oder ob dat schon dat war. Ach, erzähl doch nicht. Ach so. Ich glaub nicht, dass das schon das war. Wo der ganze Trakt ist. Kann doch nicht für eine Kiste, oder? Ich hab... Naja, ne. Hier ist die Festungstür, die eigentliche. Ja, hier ist auch noch ne... Dude. Ist ja auch grad. Feuerplattenweste braucht keiner. Mittlerer Rucksack, falls noch einer keinen mittleren Rucksack hat. Würde ich gerne nehmen. Ach nein. So. Der ist hinten, der mittlere Rucksack. Kann ich die jetzt... Kann ich die irgendwie mitnehmen jetzt hier noch? Wenn die hier liegt. Tab halten zum Einstecken. Ah, krass. Ja, du hast einen Waffenslot noch in deinem Rucksack am mittleren Rucksack. Aber mir... Ich kannte Tab halten zum Einstecken noch nicht, ehrlich gesagt. Elektrobohrer brauchen wir nicht, wa? Die Dossen brauchen wir nicht. Wir holen uns die nicht nochmal. Ähm... Ihr könnt mir ja sagen, was ihr wollt. Ich wär super krass, wir abhauen. Ja, klar. Oh ja, guck mal auf unser Geld schon allein. Vorrücken auf mein Zeichen. Oder bringt das nix mehr. Nach der Runde. Ne, wer... Doch doch. Hä? Vorrücken auf mein Zeichen. Geld nimm mal noch auch mit. Das sind nur NPCs, aber es stehen vier direkt vor... Ey, die Tür. Oben. Wo zum Fett? Ist das nur NPCs? Da seid ihr. Ey, es gibt NPCs, die überleben. Ja, und sich sogar hinlegen hier. Und dann noch schießen können. So verlaufen. Wir sind einfach nur oben. Oh, Laptop 1.5. Ähm... Helikopter, der bringt auch nur NPCs. Ja, aber den münden die NPCs. Das würde ich auch noch nicht sehen. Freunde. Gebracht. Jo. Leichtes Leben gewesen, aber ja. Wichtiger Raid. Ja, 244 Meter. Dann mal los. Oh, jetzt ein Pool. Wäre cool. Kannste haben. Wie kann ich nicht haben? Da unten war einer. Achso. Ja. Okay, hier ist eine Garage voller Leute. Da würde ich jetzt vielleicht mal nicht reingehen. Ey, lass so viel umlaufen. Wie geht rechts? Komm, Gegner. Ja, links sind einige. Ja, rechts auch. Äh, auf dem Dach war ein Gegner, habe ich gesehen. Oh, welches Dach? Wir haben uns auf der Taktikkarte markiert. Ja, da ist ein Sniper. Ja, doch. Da war ein Sniper. Hast du richtig gesehen? Der hat nicht mehr geguckt jetzt. Als ich ihn angesnipet habe, war das... Da drüben. Da drüben ist er. Scheiße. Oh, lol. Wer von euch war das denn? Ey, wieso treffe ich denn den nicht? Hä? Was ist das für eine Waffe? Ist die vielleicht krumm? Er ist tot. Ach, die hat einen super kurzen Lauf. Die ist ungenau wie Fick. Die hat so einen Kurzlauf. Wieso ist das denn? Oh, da ist jemand Extracted. Oder? Will jemand Extracted? Na, der Typ wahrscheinlich. Oh, nehm uns! Der hat auf jeden Fall... Und ich... Äh, wenn das... Nee, 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 nee. Das ist so ein Berserker-Bro hier. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber die können wir nicht... Die können wir vergessen. Den kriegen wir nicht weg. Oh, shit, da drüben. Oh, shit, Sniper! Oh, jetzt stehen wir noch unter Spielerbeschuss. Ja, hab ich gesehen. Okay, Flo, lass uns mal hier weg. Mike, komm auch. Ich weiß aber nicht, wo der Spieler jetzt ist. Da oben auf dem Dach ist der. Ja. Keine Ahnung, was der für eine Knarre hat. Aber eine gute hat er. Ja, hat er. Oh, nein, der dicke Punkt. Der guckt noch mal, der guckt gleich noch mal. Rüstung, Bro. Der ist noch. Ja. Ja, er ist hier rausgeschafft. Der dicke ist bei mir. Alter, haben wir den eindecken müssen gerade. Oh, ich werde immer noch beschossen. Ja, ich auch. Oh, fuck. Ich hab ihn zwar gesehen, aber der ist da an der Brüstung. Hast du noch Platten, noch mehr? Weil du eh nur so viele hattest. Ja, ich hab aber auch ganz schön reingebuttert gerade. Einmal kurz, kann ich die ablegen? Oh, nee. Ich hab noch eine. Wie kann ich die ablegen? So, da liegt jetzt einer. Da ist, aber wo ist der? Weiß ich nicht. Kollegen? Können wir langsam rüber? Ja, wie rüber? Da hinten ist der. Der fliegt gerade. Kannst du ihn markieren? Nee, kann ich nicht. Der flog gerade mit dem Fallschirm runter. Hat er seinen Mate geholt? Der hat seinen Mate geholt, ne? Nee, also, weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich da gerne jetzt hoch. Ja, die hat, oh Gott, Börserschlag. Oh Gott, hier unten ist dieser Dude. Ja, ja, aber beachte ihn einfach mal. Da kommt er. Der hat Brüstung broke. Nee, das sind zwei. Wir müssen hier weg. Leg dich auf keinen Fall mit denen an. Nee, ich leg mich auch nicht mehr mit denen an. Was ist das hier? Schlüssel, egal. Ich will jetzt nur noch den Fahrstuhl zum Extracten finden. Hier. Ach so, ihr geht da hoch jetzt, ja? Ja, ich warte im Fahrstuhl auf dich. Mike nicht. Vorsichtig, Blut. Ja, komm lieber hoch. Der endet mich halt noch ab hier draußen. Das ist so mein Problem. Der ist oben noch. Wenn wir wüssten, wo der ist. Oben im Hinteren, auf dem Hinteren Dach. Ich komm rein jetzt. Oh, unten sind zwei von den Berserker Typen. Wo war der scheiße Aufzug? Bitte fahr nach oben. Der Ende müsste da unten drauf sein. Ja, Spieler haben wir hier weg gemacht. Nice. Lass uns die mal ganz kurz looten. Oder wir looten nicht und holen uns. Oh scheiße, von wo? Ich bin down, ich bin runter. Von wo? Ich hab ihn. Der ist die Treppe. Nein, hier sind noch mehr, hier sind noch mehr. Mike, 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 Mike. Da kommt noch einer die Treppe hoch. Genau da. So, Mike, ich krabbel auf den zu. Nee, Flo, du kannst dich wiederbeleben. Dauert doch zwei Sekunden, oder? Ja, deswegen. Okay, ich dachte, es dauert zu lange, aber geht. Oh, lol, Alter, war das dumm. Lol, Alter, wie der mich einfach in der See... Einer mich, einer mich bitte? Wo bist du? Ja, da. Da, direkt hinter dir. Oh, Leute, wollte ich nicht... Das wär jetzt schon wieder. Mike, deck mal nicht so offen. Deck mal die Tür nur. Ich bin viel zu aufgeregt. Ich auch. Gar nicht, klar, grad. Ah, fuck. Ich will meine Waffe zurück. Okay, ich hab meine Waffe zurück. Alles gut, alles easy. Äh, wollen wir den Dings rufen? Äh, ja, müssen wir unbedingt. Ultra 1, ihr habt euch eine Marke gesichert. Mach ich, mach ich. Wacht, mach ich. Salvensturmgewehr ist aber auch irgendwie kacke, oder? Salvisch. Und dann springen wir gleich so schnell wie möglich da rein, ne? Ja. Denkt an eure Platten, falls ihr welche habt. Nee, leider nicht. Luke von Panzer 11, bla bla bla. Ja, ich nehm alles mit, was ich kriegen kann. Aber warte mal, da ist ja seine komische Marke. Ultra 1, Marke gesichert. Seh, ich bin im Heli. Ja. Ich geh kacke. Ja, ich komme irgendwie. Ja. Ich hab gerade noch echt alles an Waffen rausgeholt, was ging irgendwie. Alter, Maschala haben wir noch was rausgeholt. Junge, meine Fresse, wir haben noch irgendeine epische Shotgun und so gerade noch gesammelt und hast du nicht gesehen. Also völlig wild. Ich hab 53.000 Dollar. Ich weiß noch nicht, ob das was bringt, aber ich habe 53.000 Dollar. Ja, ich hab auch keine Ahnung. Ich hab gerade gesagt. Alter, Falter. Wir haben aber sehr gut im Film gespielt. Ja, fand ich auch. Hat man direkt gemerkt, ja. Heilige, ey. Ihr habt alle überlebt, rausgekommen und unfassbar viele Spieler getötet, hab ich das Gefühl. Ja, war gut. Das hat Laune gemacht, Freunde. Schönen Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Run DMZ. Den hab ich aus dem Chat geklaut. Du Woh는 디자in,ardan. Woh о ton." Woh. Stefan. G 허�ока. Bisseвер toPD. Was weg.